Hallihallo-Hallöchen! Heute melde ich mich bei euch, da ich euch unbedingt mein neues Buch zeigen möchte, was es jetzt endlich im Buchhandel gibt, aber natürlich auch in meinem Online-Shop. Der Link dazu, den findet ihr in der Infobox direkt unter diesem Video. Aber wie gesagt, gibt es auch überall im Buchhandel, im Online-Handel, aber auch in stationären Buchhandlungen kann man das dort bestellen. Häkeln mit Bobbel, Frühling und Sommer. Es sind einige Anleitungen auch mit drin, die ihr bereits vielleicht schon von meinem YouTube-Kanal kennt, wie ihr vielleicht schon am Cover erkennen könnt, weil ich habe deshalb mich dafür entschieden, auch einige Modelle von meinem YouTube-Kanal mit reinzunehmen. Es gibt nämlich einige von euch, die ja auch gefragt haben, gibt es diese Anleitung schriftlich, wo kann man die bekommen? Und ich hatte sie bislang nicht. Und ich habe sie jetzt angefertigt von einigen Modellen und habe sie dann eben auch mit hier ins Buch gepackt, die beliebtesten Anleitungen, wo auch danach gefragt wurde. Und ich habe hier insgesamt zehn Modelle enthalten, spezialisiert Frühling und Sommer. Also Häkeln mit Bobbel, Frühling und Sommer. Und da haben wir hier das Shirt Lotta und auch den Rock Missy, der ja auch sehr beliebt ist und sehr oft nachgehäkelt wurde. Aber wie gesagt, auch hier wurde ganz oft nachgefragt, gibt es die Anleitung schriftlich oder mit Häkelschrift oder irgendwie sowas, weil vielleicht das Video nicht ausreichend war in der Erklärung. Und dann kann man das ja als wunderbare Ergänzung dann zu nehmen von einigen Anleitungen aus meinem YouTube Kanal. Also wie gesagt, hier haben wir gleich den Rock Missy. Ich habe auch einige Fotos beigefügt, Schritt für Schritt Anleitungsfotos. Dann ist zu jeder Anleitung eine ausführliche Textanleitung mit dabei und natürlich auch einige Häkelschriften. Nicht von allen Anleitungen, aber von den meisten habe ich Häkelschriften auch angefertigt. Auch von diesem Shirtkleid. Hier ist Text und sind auch Grafiken mit dabei, die ich beigefügt habe, damit das wunderschön erklärt wird. Hier habe ich einen wunderschönen Rock gehäkelt, schon vor einiger Zeit. Und der ist natürlich ganz passend. Und die Bobbel, die ich hierfür verwendet habe, die findet ihr auch alle in meinem Online-Shop. Direkt unter diesem Video ist der Link in der Infobox, wo ihr auch alle Bobbel bestellen könnt. In allen möglichen wunderschönen Farben. Und hier auch noch einen Seelenwärmer, der wunderschön ist. Passt wunderbar zu Sommertagen in lauen Sommerabenden. Ist ein wunderschönes Lochmuster, wo man dann halt eben nicht so schwitzt, was dann nicht so schwer liegt. Und hier natürlich die Häkelschrift auch mit dabei. Schritt für Schritt Fotos, wie man das Ganze zusammennäht. Das Shirt Lotter ist mit dabei. Und beim Shirt Lotter haben ja auch einige nach der Häkelschrift gefragt. Die ist hier sehr ausführlich. Und sehr groß. Auch beigefügt, damit sie jeder erkennen kann. Und gut nacharbeiten kann, damit man sich nicht verzählt. Das gleiche habe ich auch mit dem Shirt Ellie gemacht. Da ist auch eine ausführliche Häkelschrift mit dabei. Und eine Texterklärung. Dann habe ich hier noch eine Weste drin, wo auch Schritt für Schritt Fotos mit dabei sind. Häkelschrift, Texterklärung, Röcke. Die Zackentunika ist auch mit dabei. Auch mit Grafik und Text. Und dann habe ich hier noch was ganz Feines. Das ist ja... Was ganz Feines. Das klingt so nach Oma-Deutsch. Aber es haben ja schon einige von euch nach einer Kreisweste von mir gefragt. Und hier habe ich die Kreisweste Magic Eye drin. Also Eye, Auge, das magische Auge. Und das ist für alle Größen anpassbar. Und ja, da habe ich hier das ausführlich auf ganz vielen unterschiedlichen Seiten mit Text, mit Fotos und wie man die Armausschnitte häkelt und so weiter und so fort. Also alle diese Anleitungen findet ihr hier in meinem neuen Buch. Endlich habe ich wieder ein neues Buch veröffentlicht. Es kommen aber noch einige mehr, die schon fertig sind, die es auch schon im Handel gibt. Also da könnt ihr schon mal reinschauen. Aber ich stelle sie zu gegebener Zeit dann auch noch hier auf meinem YouTube-Kanal vor. Aber hier habt ihr mal das ganz aller, 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 allerneueste Exemplar, den allerneuesten Titel. Ich habe ja lange gebraucht, um ein neues Buch zu veröffentlichen, weil ich sehr auf meinen YouTube-Kanal erstmal konzentriert war und hier die ganzen Anleitungen, die Videos zu veröffentlichen. Aber jetzt, wie gesagt, ist das neue Buch da. Frühling und Sommermode. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachhäkeln, selbstverständlich. Und wünsche euch eine wunderschöne Sommerzeit, dass wir nicht zu sehr dahin schwitzen, aber trotzdem noch genügend Energie haben, um die Häkelnadel zu schwingen. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe für euch, eure Romy. Bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!